Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum heutigen SG-Index-Check am Mittag, präsentiert von der Societe General. Mein Name ist Bastian Kaluschka und wir wollen uns heute den Eurostoxx 50 aus technischer Sicht etwas näher ansehen. Dieser Index hat wahrlich Freude bereitet in den letzten Handelstagen, wenn Sie sich am letzten Video orientiert haben, denn die Marken haben hier hervorragend funktioniert. Wir hatten den Index Ende Oktober besprochen. In dieser Phase, in dieser Konsolidierungsphase, die Aussage war klar, es kommt auf die Unterstützung bei 3,596 an. Schauen Sie sich an, wo das Tief ausgebildet worden ist. 3,593,60, also mit einer Genauigkeit von zwei Punkten wurde hier das Tief erwischt. Anschließend drehte der Index nach oben, markierte neue Hochs und arbeitete beide Aufwärtsziele wunderbar ab. Das war die 3,666 am 4.11. Der Schlusskurs lag hier bei 3,665 und heute erreicht im Hoch 3,688. Das Ziel war hier 3,667. Wir haben folglich nur mehr ein Ziel offen. Das ist das Hoch bei 3,708 Punkten und entspricht schon dem Hoch aus dem November 2017. Also hier ein sehr markanter Widerstand, ein sehr markanter Hochpunkt. Zwei der drei Aufwärtsziele sind abgearbeitet worden. Das untere Ziel auch wunderbar erreicht worden. Für Sie als Trader ist es natürlich dann immer wichtig, wie geht man nun vor. Es bietet sich an, hier zumindest Absicherungen weiter nachzuziehen im Tageschart auf das Tief bei 3,593. Damit würden Sie auch Konsolidierungen, die ja jederzeit auch mal einsetzen können, überstehen. Erst wenn diese Marke unterschritten wird, ist der Eurostox 5,50 reif für etwas größere Rücksetzer. Aktuell wird es schon interessant sein, wie sich die heutige Tageskerze am Abend präsentieren wird. Sehen wir hier eine Shooting Candle oder ähnliches Bearisches, dann könnte es durchaus mal ein, zwei Tage auch wieder abwärts gehen. Die Unterstützungen sind natürlich unverändert und auch bekannt. 3,630 hier, dann vor allen Dingen natürlich das Tief 3,596, geht es darunter 3,573 bis hin zu 3,555. Auf dem Niveau der untersten der vier Marken befindet sich in etwa auch der EMA 50, beziehungsweise wird hier in Kürze auftreffen. Also dieser Bereich hier unten, dort ist der Index sehr gut unterstützt. Schauen wir uns das Ganze nochmal etwas detaillierter an im Stundenchart. Die Aussagen bleiben auch dort unverändert. Ausbruchsniveau war hier 3,630 in Verbindung mit dem Hoch. Das haben wir zur Oberseite verlassen. 3,687 heute wunderbar erreicht. 3,708 noch offen. Also sollten weitere Hochs entstehen, könnte das der Index ebenfalls noch abarbeiten. Das Problem ist aktuell noch reinzukommen, weil die Stops doch relativ weit entfernt platziert werden müssten. Wir haben hier einfach keine ausreichenden Orientierungspunkte, auch im Stundenchart. Das ist eher was für all die jenigen, die jetzt sehr kurzfristig unterwegs sind, die dann auch den Stopp trailen können unter diese Mini-Tiefs hier. Das letzte Mini-Tief haben wir bei 3,666 und das wiederum entspricht ja dem ersten Aufwärtsziel. Also diese ehemalige Widerstandslinie ist jetzt zur Unterstützung mutiert bei 3,666. Fallen wir darunter, kann es in Richtung EMA 50 Stunden gehen oder dann eben in Richtung 3,630. Dort wäre der Index nach der Pullback-Variante ein Kauf und den Stopp müsste man dann unter das Verlaufstief liegen bei 3,593. Also die Devise kann durchaus sein, nach dieser absolvierten Strecke sich mal in den nächsten Stunden umzuschauen, wie die Konsolidierungen ausfallen. Bleibt der Index auf hohem Niveau kleben, ist es wahrscheinlich, dass in Kürze auch die 3,708 noch angesteuert wird. Umkehrsignale muss man abwarten. Wir haben jetzt hier im Stundenchart so zwei Kerzen Umkehrmuster. Das muss jetzt allerdings mit weiteren Tiefs bestätigt werden. Sollte zudem die Tageskerze bärisch werden, dann könnte ich mir so eine grüne, diese grüne untere Variante durchaus mal vorstellen, zumindest einen Rücklauf an den EMA 50 Stunden. Wenn Sie etwas handeln möchten auf den europäischen Leitindex, habe ich Ihnen wie immer zwei Derivate mitgebracht. Mit der WKN SR3YDF, ein Turbo Endless Call, Basispreis gleich Nog-Artschwelle bei 3,315 Punkten, der Hebel bei gut 10. Und die Short Variante mit der WKN SC2 TGG, ein Turbo Endless Put, Basispreis gleich Nog-Artschwelle bei 4,000 Punkten gut, 4,009 Punkte genauer gesagt und der Hebel bei 10,8. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich natürlich viel Erfolg. Würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind beim nächsten SG Index Check am Mittag. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.